Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Ja, wir starten jetzt endlich mal wieder ein bisschen durch mit euren Altcoin Wünschen. Natürlich könnt ihr jetzt auch unter den Altcoin Videos auch eure Altcoin Wünsche natürlich drunter schreiben. Ich habe jetzt ein paar gesammelt, deswegen wird es jetzt ab heute bzw. morgen, je nachdem wann das Video jetzt online kommt, wahrscheinlich nicht jeden Tag, aber so alle zwei, drei Tage auf jeden Fall mal wieder ein kleines Altcoin Update Video geben. Wie haben sich die Kurse entwickelt? Wie oder wo können wir unsere nächsten Einstiege teilen? Kurzfristig, längerfristig? Schauen wir uns auf jeden Fall jetzt an. Wir fangen an mit VeChain, Bitcoin Cash, was ja auch ordentlich gepumpt ist. Kommt dann wahrscheinlich morgen und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Altcoin Wünsche habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein. Ansonsten bevor wir starten, Video gerne ein Like da lassen, Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Link ist unten in der Videobeschreibung. Natürlich alles for free. Und weiterhin daran erinnern, BingX Registrierungs-Event. Ihr habt die Möglichkeit, BingX einfach kostenlos zu testen. Ihr müsst nichts einzahlen, nichts. Ihr könnt einfach euch die 20 bzw. 30 USDT for free abholen und damit traden. Das ist noch ein kleiner Hinweis von mir und ich würde sagen, wir verlieren jetzt nicht zu viel Zeit. Die Videos sollen ja nicht so ewig lang werden. Gehen wir rein in den VeChain. Momentan traden wir bei 0,017 US-Dollar-Cent. Wir haben das Golden Pocket erreicht, das heißt das Golden Pocket von unserer gesamten Abwärtsbewegung. Ich habe jetzt bewusst diesen Wick hier rausgelassen. Den hatten wir nämlich nur bei Binance. Deswegen habe ich bewusst eben nur diesen zweiten Tiefpunkt hier erst einmal genommen. Daraufhin gab es ein bisschen Konsolidierung. Wir haben ja im Livestream schon darüber gesprochen, dass VeChain momentan ein bisschen nicht so aktuell ist bzw. nicht so interessant auf den kleineren Timeframes. Haben daraufhin eben diesen kleinen Widerstandsbereich, den ich jetzt gerade weggemacht habe, erst einmal durchbrochen. Und die letzten Tage ging es jetzt doch ordentlich wieder ein bisschen nach oben. Wir haben das Golden Pocket erreicht. Wir befinden uns jetzt aber auch, wenn wir uns das Ganze mal auf den 4 Stunden oder beziehungsweise 6 Stunden ist wahrscheinlich besser, weil man ein bisschen besser sieht, in einem signifikanten Widerstandsbereich. Also da müssen wir jetzt erst einmal drüber kommen. Nicht nur das Golden Pocket bzw. 0,786er. Man sieht hier in der Vergangenheit bereits sehr, sehr viel Widerstand in diesem Bereich zwischen 0,02 US-Dollar-Cent und halt eben da, wo wir uns derzeit befinden. Also da muss VeChain auf jeden Fall jetzt erst einmal durch. Ich rechne ja, habe ich ja auch bei Bitcoin gestern schon gesagt, mit einer Korrektur auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen. Wir haben auf jeden Fall noch Luft bis 31,8 bis 32,4. Das könnte auf jeden Fall noch eintreffen, bevor wir eine Korrektur sehen. Würde natürlich für VeChain dann auch erstmal nochmal eine Korrektur bedeuten. Deswegen wird es hier sehr, sehr interessant sein, ob Bitcoin erstens jetzt konsolidiert. Dann haben wir die Möglichkeit, zumindest noch kurzfristig nochmal dieses Hoch hier anzutesten bei knapp 0,019 US-Dollar-Cent bzw. genau das 0,786er Fibonacci Retracement-Level. Da hätten wir ein schönes Doppeltop auf dem 4- und 6-Stunden-Chart mit eben einer Bearish Divergence, um dann nochmal eine Korrektur einzuleiten. Wohin könnte diese Korrektur führen? Schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Und zwar ziehen wir hierfür auch erstmal das Fib-Level, das kleine zumindest. Können wir auch sehen, okay, Level wäre so ungefähr 0,01622. US-Dollar-Cent, wo der Kurs sich dann erstmal stabilisieren sollte. Geht Bitcoin unter die 27er-Marke, ist es auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir eben nochmal diese Tiefpunkte hier unten testen und damit auch nochmal den Support, den wir hier unten jetzt erstmal gebildet haben. Also das sind jetzt erstmal so kurzfristig die Level. Shorten können wir hier wirklich überlegen, dass wir sagen, okay, wir versuchen hier das Doppeltop zu shorten mit eben über diesen Hochpunkt, weil wir auch sehr, sehr viel Volumen eben noch in diesen Bereichen hier haben. Einerseits die Candle, andererseits natürlich auch diese kleine hier wäre eine Möglichkeit. Das heißt, ein Stop-Loss auf jeden Fall hier drüber wären halt 8%, das ist sehr, sehr viel. Also da, wie gesagt, wenn ihr da aktuell bleiben wollt, gerne in die Telegram-Talk und Signalgruppe reinkommen, werde ich eventuell einen Short versuchen, aber dann, wie gesagt, auch wahrscheinlich eher mit zwei Entries, zumindest hier über diese kleine 1-Stunden-Supply-Zone mal oder beziehungsweise über dieses Hoch bei genau 0,02 US-Dollar-Cent. Da würden wir auch das Risk dann vermindern auf 3,3%, das ist immer noch viel, deswegen hier lieber zwei Entries sehen. Gehen wir mal in die größeren Timeframes, das heißt Daily-Timeframe, machen hierzu das kleine FIP weg, weil es ist auch sehr, sehr interessant, wo könnte denn VeChain überhaupt hinkommen. Man sieht hier schön, auf dem Daily-Timeframe würde es sehr, sehr gut passen, nochmal eben diese Tiefs nochmal zu testen, mit einem möglichen doppelten Boden, der dann hier stattfinden könnte für ein impulsives Breakout und dann eben nach oben hin die nächsten Ziele 0,028 US-Dollar-Cent. Wäre schon mal ein guter Entry, beziehungsweise ein schöner Take-Profit-Point, sollten wir hier runter nochmal kommen. Hätten wir hier fast einen 100%-Move bei VeChain, wir haben hier aber auch eine Menge aufzuholen. Wir sind immer noch, und das ist auch noch ganz, ganz wichtig, übergeordnet in unserem Falling-Redge ausgebrochen seitlich, diesen WIC bei Binance, könnte man schon fast als Retest wiederum sehen, aber wie gesagt, den gab es nur bei Binance, deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber wir haben hier nochmal ein tieferes Tief gebildet. Bullish Divergence hatten wir jetzt auch erst einmal nicht, sehen wir auch hier ganz gut. Wir hatten nur eine mini, mini, minimale, also wirklich minimale hier unten dann in diesem Bereich. Deswegen, wir müssen über diesen Bereich von 0,02 US-Dollar-Cent rüberkommen, damit wir hier auch dann ein höheres Hoch bilden. Und daraufhin könnte ich mir nochmal eine kleine Korrektur vorstellen für das höhere Tief, um diesen Trendwende-Bereich halt dann auch mal wieder zu bestätigen. Und was sind so die Ziele für einen Bullrun? Eigentlich relativ easy, wir ziehen uns das komplette FIP mal von unserem High bis zu unserem Low. Und da können wir mindestens mal von 0,20 US-Dollar-Cent ausgehen. Also das Golden Pocket ist eigentlich so das Ziel für die nächsten Monate. Sollte Bitcoin über 32.400 US-Dollar kommen, haben wir meiner Meinung nach das Größe erstmal nur überstanden. Und dann wäre auch bei VeChain, und ich halte VeChain immer noch für ein starkes Projekt eigentlich, das als Ziel. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen hochrechnen, wäre das mindestens ein 10x vom jetzigen Kurs, können wir uns auch gerne mal anschauen, wäre das knapp 900%, zumindest ins Golden Pocket rein. Also man hat hier schon genug Möglichkeiten, sag ich mal, deutlich, deutlich Profite zu nehmen. Bis an die Oberkante wären es knapp 10x, wie eben gerade angesprochen. Die VeChain hier Potenzial hat, dafür muss aber jetzt auch endlich mal der Downtrend durchbrochen werden. Den haben wir, wie gesagt, noch nie nachhaltig jetzt erstmal durchbrochen. Immer tiefere Tiefs. Der erste Step wären hier eben die 0,021. Der zweite Step dann hier oben die 0,028. Wirklich, wirklich safe sein, können wir uns dann wirklich, glaube ich, erst bei den 0,03 US-Dollar senden, weil hier das letzte signifikante Hoch war. Und diese Range, deswegen auch diese zweite Linie. Also wer dann hier oben erst einsteigen möchte, hat dann immer noch die Chance, sag ich mal, auf 400%. Ich versuche aber, wie gesagt, hier unten noch ein bisschen zu akkumulieren. Das ist der Plan. Und dann, sag ich mal, beim 0,236er die ersten Profite zu nehmen. Auch hier können wir mal ganz kurz gucken, was das prozentual bedeuten werde. Das wären auch ungefähr schon mal 3x. Normalerweise, sag ich, bei 100% immer mal Profite nehmen. VeChain würde ich sogar ganz ehrlich mal warten, bis wir beim 0,236er sind. Und dann wahrscheinlich den zweiten oder dritten Take Profit dann eben hier oben am Golden Pocket zu nehmen. Und danach, wie gesagt, laufen eh nur noch Gewinne. Vielleicht nochmal Gewinne bei einem Retracement, dann nochmal reinvestieren. Aber wie gesagt, das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Ich hoffe, das erste Update hat euch schon mal ganz gut gefallen. Wie gesagt, kurzfristig ist nochmal mit einem Rücksetzer zu rechnen. Zumindest kurzfristig Golden Pocket oder halt eben nochmal diese 0,0145. Wäre nochmal eine Möglichkeit, um eventuell einzusteigen und auch mögliche Long-Positionen aufzubauen. Längerfristig, wie gesagt, ist das Ziel auf jeden Fall das Golden Pocket in einem möglichen Bullrun. Gut, damit würde ich sagen, gerne, wie gesagt, unten eure Altcoin-Münsche reinschreiben. Das war es von mir. Wir hören uns zum nächsten Altcoin-Video bzw. Bitcoin-Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Bis dahin.